Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Mantis. Und damit herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Mantis. In diesem Video zeige ich euch die Abläufe. Abschließend folgt dann auch ein kleines Fazit. Mantis, man sieht es schon auf dem Cover, eine Gattung der Fangschrecken. Und hier vorne sieht man es, und es ist ein wirklich sehr ungewöhnliches Designvertrieb. Über Asmodee. Und auf der Seite, ja, dann weiß der eine oder andere durchaus Bescheid, in welche Richtung es geht. Weil es ist von den Autoren von Exploding Kittens, also uns erwartet wieder ein verrücktes Kartenspiel. Und dadurch war eine gewisse Euphorie auch bei uns gegeben, weil man sich richtig gefreut hat. Weil wir mögen Exploding Kittens. Auch in der Familie spielen wir es gerne. Ich habe euch da schon einiges vorgestellt. Sieben Jahre steht hier dabei, wie bei den klassischen Exploding Kittens auch. Zwei bis sechs Personen, zehn Minuten Partyspiel. Naja, dazu können wir uns im Fazit nochmal ein bisschen drüber unterhalten, auch was eure Meinung dazu ist. Kartenspiel dominiert, hat ein Inlay, da passen wirklich alle Karten da rein. Recht große Verpackung auf jeden Fall für so ein Spiel. Auf der Rückseite steht auch schon dabei, wie es funktioniert. Also ihr merkt, das Spiel lässt sich recht zügig erklären. Und ich habe es auch schon aufgebaut. Hier seht ihr die Karten. Das heißt, ich habe es für zwei Personen aufgebaut. Jeder zieht vier Karten von diesem gut durchgemischten Stapel und legt sie vor sich aus. Das ist quasi das eigene Aquarium. Hier liegen vier Karten, hier liegen vier Karten. Und ja, jetzt muss ich euch nur die Aktion erklären, beziehungsweise die Karten euch vorstellen. Weil auf der Rückseite seht ihr hier drei Farben. Ihr wisst also, dass eine dieser drei Farben auf jeden Fall auf der Rückseite ist. Es ist entweder rot, grün oder pink. Das heißt, hier ist es die grüne Karte. Also ihr bekommt immer einen Hinweis aufgrund der Karte, was es denn auch ist. Die Karte, die schiebe ich jetzt aber nochmal ein bisschen drunter, weil die habt ihr jetzt ja auch gesehen. So, das heißt, dieser Stapel legt ihr dazu und diese Karten platziert ihr hier vor euch. Ziel ist es, zehn Punkte zu bekommen. Bei zwei Personen sind es sogar 15 Punkte. Das heißt, die Karten, jede Karte gibt einen Punkt und ihr versucht, die Karten zu sammeln. Und wenn ihr am Zug seid, dann habt ihr zwei unterschiedliche Möglichkeiten. Ihr wählt aus Punkten oder ihr wählt aus Klauen. Klaut ihr richtig in zwei Personenspiel, dann seid ihr sofort nochmal dran. Das als kleine Ergänzung. Das heißt, wenn ich jetzt am Zug bin und ich habe meine Karten, dann kann ich mich entscheiden zu Punkten. Bevor ich die Karte ziehe, muss ich aber sagen, möchtest du Punkten oder möchtest du bei einem Mitspieler oder einer Mitspielerin klauen. So, hier liegt jetzt die Karte. Da liegt jetzt Orange drauf, Grün drauf und Rot drauf. Wenn ich sage, Punkten, ziehe ich eine Karte und dann habe ich auch die Möglichkeit zu Punkten. Bei Klauen nicht. Ich sage einfach, ich möchte gerne Punkten. Ich nehme also die Karte. Sehr schön. Die liegt bei mir bereits. Das heißt, ich nehme alle drei Karten, lege sie verdeckt vor mich und das sind dann drei Punkte. Die könnt ihr stapeln. Aber den Mitspielern, wenn die fragen, solltet ihr immer sagen, wie viele Punkte ihr gerade habt. Also wie viele Karten. Drei Punkte habe ich nämlich jetzt. Das heißt, diese Punkte, die kann mir niemand mehr nehmen. Hätte ich jetzt hier kein Orange meiner Auslage und würde die ziehen, dann würde ich sie einfach dazulegen. Das ist doch schon alles. So, nächste Person ist dran. Aber was liegt denn hier? Es liegt hier lila, gelb und rot. Hm, was mache ich denn? Naja, ich könnte jetzt sagen, Klauen, aber ich sage jetzt einfach mal Punkten, damit ich hier ein paar Karten in meiner Auslage habe. Das heißt, ich sage Punkten, im Vorfeld natürlich, bevor ich jetzt die Karte gezogen habe und die lege ich in meine Auslage. So, dann ist wieder die nächste Person hier am Zug. Na ja, was haben wir jetzt hier? Rot, gelb und rosa. Hm, was mache ich? Ich würde gerne mal Klauen. Wie, du willst Klauen? Ja, ich würde gerne hier in dieser Auslage Klauen. Diese Person ist dran und sie würde gerne Klauen. Das ist natürlich auch ein gewisses Risiko, weil es ist zwar hier, es sind ja noch zwei andere Farben dabei. Wobei, rot, ja, rot, rosa, das probiere ich. Das ist ja gar nicht so schlecht. Ich nehme jetzt Klauen. Das heißt, diese Person sagt, ich möchte gerne Klauen. Oh nein, ausgerechnet gelb. Ja, die Person freut sich, weil ich schiebe das ein bisschen rüber, die Karte wird in die Auslage platziert. Also, ihr merkt, so funktioniert das Spiel. Wäre jetzt hier zum Beispiel eine Farbe gewesen, zum Beispiel, wäre jetzt rosa dabei gewesen. Dann wird man jetzt diese Karte, wo rosa ist, hier nehmen und diese Karte in sein Aquarium legen. Ganz wichtig, wenn ihr klaut, gibt es keine Punkte. Die nehmt ihr euch dann. Klauen heißt, dass man sie in sein Aquarium legt und nicht auf seinen Punktestapel. Aber so funktioniert das Spiel. Recht einfaches Prinzip. Und wie gesagt, bei mehr als zwei Personen benötigt ihr zehn Punkte. Und bei genau zwei Personen, wenn ihr zu zweit spielt, benötigt ihr 15 Punkte. Also, recht flottes Spiel. Und wer zuerst die Punkte erreicht hat, der hat die jene Karte das Spiel gewonnen. Und damit bin ich auch schon beim Fazit von Mantis. Ja, vom Cover sicherlich schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Der eine oder andere hat vielleicht jetzt gar nicht in das Video geschaut, weil er gesehen hat, aufgrund des Bildes, oje, was ist denn das? Was für ein ungewöhnliches Design. Und der eine oder andere ist extra reingeschaltet und schaut vielleicht an dieser Stelle das Fazit, weil er sagt, Mensch, sieht ja sehr ungewöhnlich aus vom Cover. Ich schaue mal das mal an, was der Jörg hier im Fazit sagt. Und Exploding Kittens, habe ich am Anfang erwähnt. Oh, das ist ja auch cool. Das mögen wir auch. Schnelle, lustige Kartenspiele. Und ich muss wirklich sagen, damit komme ich gleich zum Spaßfaktor am Anfang. Das Spiel macht richtig Laune. Es ist total lustig. Es sieht ungewöhnlich aus. Ich war auch ein bisschen voreingenommen, habe gedacht, ich weiß ja nicht. Aber ich wusste, es ist von den Machern, von den Autoren von Exploding Kittens. Und das ist ein lustiges Kartenspiel. Gibt es ja auch in unterschiedlichen Themenvielfalten mittlerweile. Und das Spiel macht auch richtig Laune. Und dadurch, dass unsere Erwartungshaltung ja eher gedeckt war. Wie Exploding Kittens, das müssen wir uns anschauen. Aber wo wir das gespielt haben, das macht echt Laune. Das ist lustig. Und das funktioniert sogar zu zweit sehr gut. Und das hat uns auch überrascht, wo man es zu zweit gespielt hat. Also zu zweit auch super. Auch in größeren Runden bis zu sechs Personen, wo wir es zu dritt, zu viert gespielt haben. Das macht Laune und das ist einfach spaßig. Das hat uns echt positiv überrascht. Sieben Jahre steht hier dabei. Es ist auch nicht schwer. Es ist ein bisschen gemein. Ja, aber die Gemeinheiten, die wechseln sich ja ab. Da ist jemand gemein zu mir, dann bin ich plötzlich wieder gemein zu der anderen Person. Es ist ein lustiges Kartenspiel. Macht richtig Laune. Aber als Partyspiel würde ich es jetzt echt bezeichnen. Warum man hier Partyspiel drausschreibt, verstehe ich nicht. Es ist ein Fun-Spiel. Es ist ein Kartenspiel. Aber ein Partyspiel, Partyspiel geht es dann doch für mich in eine ganz andere Richtung. Aber ansonsten ein tolles Kartenspiel. Auch wenn die Verpackung, muss man auch sagen, ein bisschen groß ist, hätte man sicherlich auch ein bisschen kompakter gestalten können. Aufgrund der Karten sind ja auch nur die Karten, ist ja auch nur die Anleitung dabei. Aber ein Spiel, wo man auch sehr schnell richtig drin ist und hier heißt ja, ein Spiel lernt man nicht, indem man Regeln lest. Schaut ihr lieber dieses Video online an. Ja, ihr habt jetzt vielleicht dieses Video geschaut, aber ihr wisst jetzt auch, um was es hier geht. Ein tolles Spiel. Hat mich echt überrascht. Landet gleich da hinten bei unserem beliebten Kartenspiel. Eine tolle Überraschung und ein Spiel, was häufiger auf den Tisch kommt. Und das nicht, und das muss man auch mal deutlich sagen, nicht nur in reinen Kinderrunden, Familienrunden, sondern auch in reinen Erwachsenenrunden. Da zählt es dann eher als Absacker, als schnelles Spielchen, wo man dann bevorzugt. Aber da spielt man auch zwei, drei Partien. Also durchaus ein schönes Spiel. Leichte Regeln, wo man auch mal sagt, wenn man es ein halbes Jahr nicht gespielt hat, wo man rechtzügig wieder in den Regeln dann drin ist. Das zu allen Infos von Mantis. Wie gesagt, deutsche Version. Vertrieb über Asmodee und ein Spiel von den Autoren von Exploding Kittens. Und wenn ihr jetzt Lust bekommen habt auf solche ungewöhnlichen Kartenspiele, schaut vielleicht mal das Video von Exploding Kittens rein. Da gibt es auch einiges. Ich glaube, da habe ich euch auch schon einiges oder alles gezeigt. Große Box, Big Box, das klassische Spiel. Eines der erfolgreichen Kickstarter-Spiele. Schaut mal rein. Ansonsten Mantis. Holt ihr euch beim Händler vor Ort oder nutzt die unten genannten Links. Da unterstützt ihr uns ja automatisch. Das zu den Infos. Rund um Mantis. Eine Fangschrecke sieht man auch sehr deutlich in bunten Farben. Tolles Kartenspiel, was ich ganz klar euch empfehlen kann. Wer solche lustigen, schnellen Kartenspiele bevorzugt. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut und bis bald. Musik Musik Bis zum nächsten Mal.